Moin Hallo Guten! Mein Name ist Patrice, es sind Mom von Metti, vom Engel, vom Leni, vom Thun und vom Mil. Wir müssen, genau wie dir, auch im Moment durchbannen bleiben. Für euch ist aber die Zeit ein bisschen zu verschönern, will ich euch heute eine Geschichte verlassen. Die Geschichte von Frederik, einer kleinen, ganz aufmerksamen Maus. Viel Spaß beim Nulaustren! Das ist also die Geschichte von der kleine Maus Frederik, Geschrieben von Leo Leoni Rund um die Wiese herum, wo Kühe und Pferde grasten, stand eine alte, alte Steinmauer. In dieser Mauer, nahe bei Scheuer und Kornspeicher, wohnte eine Familie schwarzhafter Fellmäuse. Aber die Bauern waren weggezogen, Scheuer und Kornspeicher standen leer. Und weil es bald Winter wurde, begannen die kleinen Feldmäuse, Körner, Nüsse, Weizen und Stroh zu sammeln. Alle Mäuse arbeiteten Tag und Nacht. Alle bis auf Frederik. Frederik, warum arbeitest du nicht? fragten sie. Ich arbeite doch, sagte Frederik. Ich sammle Sonnenstrahlen für die kalten, dunklen Wintertage. Und als sie Frederik so da sitzen sahen, wie er auf die Wiese starrte, sagten sie. Und nun, Frederik, was machst du jetzt? Ich sammle Farben, sagte er nur, denn der Winter ist grau. Und einmal sah es so aus, als sei Frederik halb eingeschlafen. Träumst du Frederik? fragten sie vorwurfsvoll. Aber nein, sagte er, ich sammle Wörter. Es gibt viele lange Wintertage. Und dann wissen wir nicht mehr, worüber wir sprechen sollen. Als nun der Winter kam und der erste Schnee fiel, zogen sich die fünf kleinen Feldmäuse in ihr Versteck zwischen den Steinen zurück. In der ersten Zeit gab es noch viel zu essen und die Mäuse erzählten sich Geschichten über singende Füchse und tanzende Katzen. Da war die Mäusefamilie ganz glücklich. Aber nach und nach waren fast alle Nüsse und Beeren aufgeknabbert. Das Stroh war alle und an Körner konnten sie sich kaum noch erinnern. Es war auf einmal sehr kalt zwischen den Steinen der alten Mauer und keiner wollte mehr sprechen. Da fiel ihnen plötzlich ein, wie Frederik von Sonnenstrahlen, Farben und Wörtern gesprochen hatte. Frederik, riefen sie, was machen deine Vorräte? Mach die Augen zu, sagte Frederik und kletterte auf einen großen Stein. Jetzt schicke ich euch die Sonnenstrahlen. Fühlt ihr schon, wie warm sie sind? Warm, schön und golden. Und während Frederik so von der Sonne erzählte, wurde den vier kleinen Mäusen schon viel wärmer. Ob das Frederiks Stimme gemacht hatte? Oder war es ein Zauber? Und was ist mit den Farben, Frederik? fragten sie aufgeregt. Macht wieder eure Augen zu, sagte Frederik. Und als er von blauen Kornblumen und roten Mohnblumen im gelben Kornfeld und von grünen Blättern am Bärenbusch erzählte, da sahen sie die Farben so klar und deutlich vor sich, als wären sie aufgemalt in ihren kleinen Mäuseköpfen. Und die Wörter Frederik? Frederik häusperte sich, wartete einen Augenblick und dann sprach er wie von einer Bühne herab. Wer streut die Schneeflocken? Wer schmilzt das Eis? Wer macht lautes Wetter? Wer macht es leis? Wer bringt den Glücksklee im Juni heran? Wer verdunkelt den Tag? Wer zündet die Mondlampe an? Vier kleine Feldmäuse, wie du und ich, wohnen im Himmel und denken an dich. Die erste ist die Frühlingsmaus. Die lässt den Regen lachen. Als Maler hat die Sommermaus die Blumen bunt zu machen. Die Herbstmaus schickt mit Nuss und Weizen schöne Grüße. Pantoffeln braucht die Wintermaus für ihre kalten Füße. Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind vier Jahreszeiten. Keine weniger und keine mehr. Vier verschiedene Fröhlichkeiten. Als Frederik aufgehört hatte, klatschten alle und riefen. Frederik, du bist ja ein Dichter. Frederik wurde rot, verbeugte sich und sagte bescheiden. Ich weiß es, ihr lieben Mäusegesichter. Das wäre also die Geschichte von der kleine Maus Frederik. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir holen euch aber noch ein froh an euch. Warten wir dir dann während dem Sommer. Du könnt mir das gerne ändern und Kommentare schreiben. Merci für den Olaustren. Adi bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020